Magnesium ist absolut einfach Pflanzen essen. Frag dich mal, falls du tatsächlich einen Mangel hast, warum hast du einen Magnesiummangel? Findest du das normal, dass du einen Magnesiummangel hast? Schon seltsam, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und guckt ein weiteres Video, und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!